Ein herzliches Willkommen zum Let's Show Minecraft. Diesmal möchte ich euch ein Rathaus zeigen. Hier unten haben wir die Meldestelle. Dort ist ein kleiner Wartebereich und kleine Büros. Sind alle vier Büros in etwa gleich. Auf der anderen Seite haben wir das Finanzamt. Auch hier ist ein Wartebereich und wieder Büros. Hier haben wir den Fahrstuhl. Von hier aus kommen wir dann in den ersten Stock und in den zweiten Stock. Im zweiten Stock haben wir den Drausal. Und das Standesamt. Auch wieder mit Büros. Im dritten Stock ist das Büro des Bürgermeisters. Hier haben wir einen Wartebereich. Der Empfang. Und das Büro des Bürgermeisters. Mit einem großen Schreibtisch. Monitoren an der Wand. Einer kleinen Wohnecke. Und einem Badezimmer. Auf der anderen Seite haben wir die Sitzungssäle. Hier ist wieder ein kleiner Wartebereich. Eine kleine Küche. Und einer der zwei Sitzungssäle. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Kommentar oder einen Daumen da. Bis zum nächsten Netshow auf dem Kanal von GameHardLP.